Ich kann diese Melodie so lange zuhören, die ist einfach geil. Ich werde einfach dazu nichts ein. Noch sechs Tage. Dann geht's los. Noch sechs Tage. Hey Shion, guten Morgen. Guten Morgen. Hör zu. Tut mir leid, ich muss gehen. Okay. Roxas, wie geht es dir heute? Was zur Hölle? Äh, wie immer. Hat er gerade zu ihm gesagt, wie geht es dir? Ich habe eine dringende Mission für dich und deine Schlüsselschwert. Achso, er wollte es nur einfach so nett sein, damit er das beauftragen kann. Hellington ist ein herzloser Aufgetaucht. Ich hatte gehofft, du könntest dich ihnen annehmen. Klar, überlass das mir. Hey, 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 Roxas, bist du sicher? Warum nicht? Du bist bloß in letzter Zeit. Bisschen dämlich im Kopf. Solltest du nicht auf deiner eigenen Mission sein, Axel? Ja, ich muss mich mal fertig machen. Wir sehen uns später. Aber könnt ihr den Ding nicht einfach hier im Lauf lassen? Okay. Wir reden mit den Leuten. Ach, eine kleine Ankündigung. Den letzten Part, also das Ending und alles, werdet ihr nicht sehen, bevor ich die ganzen Nebenmissionen davor gemacht habe. Damit ihr am Ende das sehen könnt. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Das ist kein Spiel, das man zweimal verlieren kann. Das ist hier voll geräumt. Hey, Mädchen, stimmt das größte Wegsteuer der Welt? Aber es ist klar, kein Mädchen will einen Typen zusammen sein, der schwächer ist als er selbst. Nett wie ich bin, habe ich ein Spezialtrinkprogramm, ich bin aber, dass du stärker wirst. Bis ich dir fünfzehn mehr gehen mit deinem Nimm und du komm wieder her. Also, gibt es jetzt mehrere Missionen wieder oder was? Aber egal, ich gucke mal jetzt nach, ob ich das jetzt holen kann. Ich hoffe, dass ich das jetzt inständig, dass ich das jetzt holen kann. Was fehlt mir noch? Ach, leck mich doch. Kaufen, vielleicht kann ich mir ja eine... Schleck mich. Eintauschen. Okay, die muss ich mir später holen. Es gibt sehr viel hier. Die werde ich euch alle zeigen. Euch allen. Okay, jetzt sehen wir uns das mal an. Hey, pass auf dich auf. Danke. Tafeln. 45, okay. Ähm, berichten. Ich hatte wieder einen Traum. Mein Kopf ist so schwer. Ich will wieder mit Schirm und Axel einsetzen. Dein Kopf ist so schwer, dein Kopf ist so schwer, das ist so schlimm, das weiß ich doch. Ich weiß, der Herzlose ist das Besonderes, besiege den riesigen Herzlosen. Ne, dann ist ein riesiger Findung, besiege ihn. Was? Stufen quadruple? Quadruple? Okay. Ich glaube, das macht uns erhöht. Ich glaube, das macht uns, erhöht die Stufe in sechsfach oder so, glaube ich, oder, keine Ahnung, singen wir mal. Ich habe mich mitgenommen. Ich habe mich mitgenommen, als sie aufbrach, was wohl hier mit ihr los war. Ich sollte mit mir, ich sollte mit mir reden, wenn ich hier fertig bin. Ja, der Herzlose hier ist was Besonderes, der riesige hier. Der Grund, äh, da ist die Truhe. Ich weiß auch, wo er ist. Und das ist was, ähm, da wollte ich ja sowieso sehen. Kein Zeichen vom Herzlosen. Ich weiß, wo er ist. Ich werde mich mal weiter drin umsehen. Gibt es da eigentlich Abzeichen oder so? Ich habe keine Abzeichen gesehen, glaube ich. Okay, da gibt es keine. Und seht euch mal gleich diesen Boss an. Der hat was Besonderes an sich. Was ich auch beim ersten und letzten Mal entdeckt. Der jetzt gleich kommen wird. Immer noch kein Herzlöser. Wo steckt der sich, wo steckt sich, wo versteckt sich das Ding bloß? Wie konnte das so nachkommen, ohne dass ich ihn bemerkt habe? Merkt euch das jetzt gerade, also, sie, dieser Herzlose hier, der hat was Besonderes an sich. Okay, komm. Ja, der hat auch wenig LP zum Glück. Nicht wie sein Vorgänger hier. Komm mal runter hier. Jetzt. Er ist, er ist so mächtig. Ich muss das jetzt behalten, bevor ich noch schwächer werde. Alles oder nichts. Guckt euch jetzt an, was jetzt passiert. Hör doch auf, ihr beide. Shion? Roxas? Was machst du hier? Der Herzlose, gegen den ich gekämpft habe, das warst du? Diese Mission war eine Falle. Was? Es war so geplant, dass ihr beide gegeneinander kämpft. What the fuck? Ich und Shion, aber... So etwas würden sie nicht tun. Ich glaube, ich habe meine Mama gehört. Sie hat ein lautes Organ. Die totale Entspannung. Haha. Ist schon eine Weile her, seit wir zuletzt so rumgehangen haben sind. Tja, wir hatten alle unsere Probleme. Menstruation, Schwanzprobleme und Schizophrenie. Das waren ihre Probleme. Hey, mir ist gerade etwas eingefallen. Seht euch mal eure Stile näher an. Wirklich? Warum denn? Wenn du mit dem Eis fertig bist, seht ihr deinen Stil an. Da steht vielleicht Gewinner drauf. Hey, warte mal kurz. Jetzt erinnert sich daran. Oh ja. Oh ja, was? Äh, nichts. Was hast du gewonnen? Hm, keine Ahnung. Haha, du weißt es nicht. Muss doch was Gutes sein, wenn da Gewinner steht. Stimmt. Wow, der Sonnenuntergang ist echt schön. Wir haben zwar schon eine Menge Sonnenuntergang gesehen, aber der heutige stellt alle in den Schatten. Wenn alles nur für immer so bleiben könnte. Hm. Was, wenn wir alle davonlaufen würden? Was? Wir drei, dann könnten wir immer zusammen sein. Ach, die Musik. Wir können nirgendwo hinlaufen. Ich weiß, hab bloß laut gedacht. Auch wenn sich die Dinge verändern, werden wir niemals getrennt sein. Solange wir immer aneinander denken, stimmt's? Keine Sorge, Axel. Wir haben's hier gem- Wir haben's kapiert. Wollte mir sicher gehen. Ich werde mich lange noch an diesen Moment erinnern. Auf Weheweg, hoffe ich. Ich auch. Auf Weheweg. Boah, wenn ich wieder an das Ende denke, muss ich schon gleich weinen. Boah. Sora. Es scheint uns zu kommen, dass wir gerade ein Standstill sind. Ja. Das war lange genug, Riku. Ich glaube, du tiedst dir was, die muss sein. Du hast es geschafft. Genau. Hast du etwas gesagt? Wir brauchen sie nicht beide. Nur einen. Und so zu tun, ändert daran nichts. Denk mal darüber nach. Zeigst du weißt halt nicht, was es ist, Freunde zu haben. Ihr wart ja früher Freunde, du und... Axel, aber... Die Zeit habt ihr ja vergessen. Was für ein seltenes Trio. Ich, Sigmund, Schion. Meint ihr, ich halte euch auf? Selbstverständlich nicht. Empfindlich, empfindlich. Wir haben nicht jeden Tag das Vergnügen mit Nummer 2 zu arbeiten. Nicht, Schion. Allerdings. Der Chion immer noch beim Gehen. Hey, arbeitet ihr drei heute zusammen? Du hast deine eigene Mission, Roxas. Kann ich nicht mehr Siegbar tauschen? Hm. Das ist eine kindische Haltung. Soll dich etwa, Axel, überall hin begleiten? Ich hab voll gedisst. Nein, ich wollte nicht. Vergiss es. Hm. Und schon wieder mit der Kapuze. Menschen, die mit ihr scheren so viel Kontakt hatten, sehen sie ganz anders als Menschen, die sehr wenig Kontakt mit dir hatten. Die schaffen ihre Mission schon. Und du siehst, und du siehst zu, dass du deine schaffst. Und du siehst, siehst. Okay, da bin ich der Einzige hier. Ich hab' da eine Idee. was bringt mir das was bringt mir diese kacke jetzt blitzger okay komm berichten schien und oxen und ich haben zusammen eis gegessen der sonnenuntergang war wirklich wunderschön mehr muss ich dazu gar nicht schreiben weil ich diesen tag nie vergessen werde sei nicht so sicher roxas sei nicht so sicher so lange habe ich nicht mehr gespeichert okay ich mag ob ich die ultima war jetzt also das ultima schwert jetzt wollen könnte schmieden heilige scheiße mir fehlen noch energie tech plus 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 das regt mich jetzt auf ich brauch das unbedingt und die mission ist heute und du musst du allein auf mission ja ist sehr schön die die sieg auch du heilige scheiße das sind mehrere riesige sogar besiegelten mindestens sechs von ihnen zu stärksten klasse der herzlosen bereite dich entsprechend vor die kalkom diamant premium kugel mindestens sechs das nenne ich den schnee von gestern lasst das schien ich kenne so viele gesichter warum sehe ich ausgerechnet dich wenn ich ihn wenn ich sie anbicke denn das musste mich immer so anstarten als hätte ich gerade an deinem gottisch ertränkt sein stück sein stück die männer eine verpasst die männer hat axel bist du völlig übergeschnappt bitte lass mich gehen ich muss das tun sonst schauen was so ich weiß was darunter ist aber das will ich sowieso schon bald sehen die taxe du musst mich ob du musst dich um rox ist kümmern aber wie wirst du bitte danke hörte sich bald in ihr eventus gesehen das wusste ich schon aber wie siehst du das auch von ich bin ich bin es mal besser hintermischen solltest du auch lieber okay wir sehen uns gleich wieder ok leute es geht weiter ach schatz zu lokal und wir haben euch kleintisch erlass ich mal weil sie das ist ja ein acht schatz zu verdienen nein die herzlosen zu verdienen die acht stadt der schatzt nun eigentlich auch komm ich hätte erst mal die unteren reihe hier das muss ich oben nicht mehr machen die siege die riesigen herzlosen jahr ist klar das teuer davon gehen ich glaube dass er nicht aber naja da komme ich zum da will ich noch nicht hin komm ich glaube das ist einer von den komischen bossen es ist ja wie sich deswegen wird man denken dass da einer von denen ist ja er war einer von denen es war mindestens sechs erledigen ich glaube ich ja noch mehr die ganze truppe fertig und sieht man ja dass das noch mehr gibt ja 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 Wo ist der Mega Schatten, glaube ich? Komm, den schaffe ich noch. Und den Mega Schatten durch hat mich dann auch. Jetzt geht's zum Bahnhofsplatz. Weil der nächste Jahr da, äh, ich geh jetzt so nach rein, so eine bisschen Struktur nach. Zum Bahnhofsplatz, komm. Warte, war da nicht so ein, ja, ich wusste es doch, so ein Wichser war da. Und Gott.